Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 21. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1027. Und heute habe ich euch die folgenden Themen mitgebracht. DCS 8325 LH, Mesh Pots 6850 5G, 5530 Fiber Aon und Build in Build. Ich starte das Ganze mit einer neuen Kite aus dem Hause D-Link. Die haben nämlich, und jetzt werde ich es nicht nochmals aufsagen, weil die Kamera einen hässlichen Namen hat, wie generell Produkte, vielfach von Herstellern, die man sich eh nicht merken kann. Plus der WLAN-Steckdosen-Adapter, da sage ich jetzt den Namen kurz, der Vollständigkeitshalber, der DSP-W218. Die beiden bekommen ein wichtiges und, ja, hätte eigentlich von Anfang an mit dabei sein sollen, Update nachgeliefert. Denn die beiden können sich jetzt mit Geofencing verstehen. Das heisst nicht, sie sprechen jetzt eine Fremdsprache. Geofencing ist so, ja, ich gehe aus dem Haus, also entferne mich Schrittlänge X vom Gadget, dann bemerkt es das. Und wenn ihr es so eingestellt habt, macht es etwas. Und oder eben etwas nicht mehr. Was heisst das in Gadget-Deutsch? Ganz einfach, sobald ihr das Haus verlässt, filmt die Kamera. Sobald ihr in die Nähe des Hauses kommt, also mit wieder nach Hause kommt, hört die Kamera damit auf. Denn so werdet ihr zu Hause nicht gefilmt und habt nicht das Gefühl, dass ihr dann irgendwo in der Cloud auf irgendeinem chinesischen, amerikanischen oder sonstigen Server liegen bleibt. Wahrscheinlich für die Ewigkeit oder so. Praktische Geschichte lässt sich natürlich mit dem Stromadapter auch in die andere Richtung nutzen. Mit Gadgets wie zum Beispiel einem Ventilator oder Licht, das dann automatisch angeht, kurz bevor ihr nach Hause kommt. Weitere Neuigkeiten hören auf den Namen Koffer-X1862 und den gleichen Namen vorab X1863. Das sind zwei neue Systeme, auch aus dem Hause D-Link. Wifi-Geräte, ein neues Mesh-System, ein Wifi-Range-Extender sowie eben die Basis dazu, um euer Haus und oder Wohnung mit Abdeckung von 420 bis 600 Quadratmeter abzudecken. Und das mit theoretischen grossen Werten, wie das Ganze ausschaut, mit eben nicht-theoretischen Werten, das müssen wir mal ermitteln in einem eigenen Test. Zumindest ist es ein Dual-Band-Gerät, das heisst, ihr könnt euch da schon mal noch eine Schippe abstreichen, die für die Mesh-Kommunikation intern gebraucht wird. Und dann könnte es dann schon deutlich weniger sein. Müssen wir, wie gesagt, ausprobieren. Was ist sonst dabei? Alles, was man so möchte. WPA3, Multi, Mimo etc. ist alles mit integriert. Gehen wir über zum Thema Podcasting. Und da hat Spotify wieder mal gewütet und ein paar Millionen geschmissen. Ich gehe mal davon eher aus, dass es Millionen als Milliarden sind. Wie viel genau, das schweigt sich Pods wie auch Spotify aus. Was macht Pods? Das wissen wir nicht mehr genau, weil die Webseite offline ist. Sie hat irgendwas mit künstlicher Intelligenz und Podcasting gemacht. Und genau das, eben die Machine Learning-Technologie, soll bis Ende des Jahres dann auch in Spotify einfließen. Wir dürfen gespannt sein. Ich würde es intelligenter finden, wenn Spotify endlich mal einen richtigen Podcatcher rausschmeisst und nicht nur dieser Musik-Streaming-Player, den sie da haben, für das Podcast abspielen. Aber ja, gehen wir weiter ins Hause AVM. Da gibt es gleich zwei Neuigkeiten. Zum einen haben sie jetzt endlich den Termin für die Fritzbox 6850 5G vorgestellt. Für all diejenigen, die mein Video schon gesehen haben, was ich Anfang Jahr online gestellt habe zu der LTE-Version. Jetzt kommt endlich die gleiche Kiste, auch mit 5G. Und da freue ich mich sehr darauf, weil mein Büro wartet darauf. Und das Ganze soll im Sommer diesen Jahres starten. Preis ist noch nicht ausgegeben. Auch haben sie jetzt für den Schweizer Markt freigegeben, die Fritzbox 5530 Fiber, und zwar in der AON-Version. Die gibt es ab sofort zu kaufen. Sehr viel Freude werden da. Ganz viele Nutzer haben, die einen Glasfaseranschluss haben und da eine direkte Box dran hängen möchten. Übrigens ist da ein AON- und ein G-Pon-Adapter mit dabei. Wer damit nicht allzu viel anfangen kann, in der Geek Talk 2521. Verlinke ich auch auf daily.geektalk.ch oder in den Shownotes des Podcatchers eures Vertrauens. Da drin findet ihr den Link zu eben dieser genannten Sonderfolge. Da haben wir das Glasfaser-Thema ein bisschen behandelt und darüber gesprochen, was das genau ist. Und eben auch die beiden Begriffe fallen da. Dann kommen wir zum letzten Thema für heute. Das ist ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Und zwar nicht nur zwischen Nutzern und Google, sondern auch zwischen Google und Google und Android und Google und iOS. Und Google und YouTube und Google und YouTube und iOS. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Build-in-Build-Funktion. Eine verrückte Geschichte, die leider immer noch zu wenige Video-Apps unter iOS unterstützen. Die ging mal. Dann ging sie wieder nicht unter iOS. Und dann ging sie nur für Premium-Mitglieder. Und dann plötzlich nicht mehr. Und dann konnte man sie im Safari nutzen. Und dann hat jemand so einen Kurzbefehl geschrieben, mit dem man es nutzen konnte. Und dann hat Google wieder was unternommen, dass es nicht ging. Letzter Stand war, es ging nicht. Neuster Stand ist, er kommt wieder. Und zwar für alle. Premium-Nutzer und Nicht-Premium-Nutzer. Aber bevor ihr euch jetzt freut und das Update runterladen möchtet, Es wäre nicht Google, wenn es nicht YouTube wäre. Ja, dieses Feature kommt aktuell nur für die USA. Und ja, irgendwann dann auch in weiteren Ländern. Es könnte doch so einfach sein. Schaltet den Quatsch frei. Weil dann würden ja die Leute viel mehr YouTube konsumieren. Und um das geht es euch doch eigentlich, liebes Google und YouTube da draussen. Mal schauen, wenn das zu uns kommt. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann möchtet. Ich würde mich freuen. Bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.